Hallo zum e-Mobility Update am Samstag, den 21. September. Das Video wird Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente e-Mobility-Ladelösungen. Und zum Wochenende haben wir für Sie eine weitere sehenswerte Transporterstudie von Renault im Programm. Die IAA Transportation ist dieses Wochenende noch fürs Publikum geöffnet. Vielleicht schauen Sie noch auf dem Messegelände in Hannover vorbei. Emilio! Renault orientiert sich für die Zukunft mal wieder an der Vergangenheit. Ein neues Concept-Car wühlt genauso tief im Firmenarchiv wie die elektrischen Retro-Newcomer der Klassiker R5 und R17 sowie das Twingo. Die Rede ist heute vom Renault Estafet. Der Kleintransporter war in Frankreich einst weit verbreitet und wurde zwischen 1959 und 1980 gebaut. Und nun drücken wir auf Fast Forward und spulen ins Jahr 2024 auf die IAA Transportation. Herausgekommen ist der Estafet Concept, der vor allem den Namen des kultigen Vorbilds übernimmt, aber im Design einen eigenen Weg einschlägt und recht stromlinienförmig daherkommt. Doch die Studie soll nicht nur Fans des ursprünglichen Kult-Lieferwagens ansprechen, sondern es soll auch eine Botschaft in den Markt senden. Wir sind bereit. Denn der Renault Estafet ist die erste öffentlich präsentierte Concept-Studie von Flexis. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture von Renault, der Volvo Group und dem Logistikunternehmen CMA-CGM. Die Fahrzeugstudie soll bis 2026 zu einem Serienreifentransporter weiterentwickelt werden. Und dieser soll zugleich Renaults erstes Software-Defined Vehicle werden, also auf eine neue elektronische Architektur zurückgreifen. Dank Cloud-Konnektivität sollen neue Dienstleistungen inklusive höherer Effizienz bei Betrieb und Kosten ermöglicht werden. Renault verspricht sich davon, die Nutzungskosten um etwa 30 Prozent zu senken. Kommen wir zu den Maßen. Der Renault-Transporter der Zukunft ist 4,87 Meter lang und beeindruckende 2,59 Meter hoch. Das Ladevolumen soll in etwa dem eines Renault Trafic L1 H2 entsprechen. Dieser kommt auf rund 7,1 Kubikmeter. Weiter verfügt das Modell über zwei seitliche Schiebetüren, die sich mit einer einzigen Handbewegung öffnen lassen. Hinten gibt es statt einer Heckklappe ein Rollo, das sich nach oben aufrollt und so die volle Ladehöhe des Transporters freigibt. Kommen wir aber noch kurz zu einer anderen Neuheit von Renault auf der IAA. Die Franzosen haben dort auch den neuen Renault Master mit Brennstoffzelle vorgestellt. Die neue Generation wasserstoffbetriebener Transporter soll ab 2025 komplett im regulären Produktionsprozess mit den anderen Antriebsarten hergestellt werden. Der Wasserstoff Master soll eine Reichweite von 700 Kilometern und eine Tankzeit von 5 Minuten ermöglichen. Mal schauen, was am Ende häufiger auf den Straßen fährt. Der Master mit Wasserstoff oder es da fährt mit Akku.